moin moin meine lieben willkommen zum elften video und wir fliegen jetzt erst mal hier so ein paar fragezeichen ab ich konnte mich von dem virus heilen durch die pflanzen was echt super ist und mal wieder aufstehen super und dann werden wir jetzt einfach mal so die fragezeichen ja abfliegen beziehungsweise ja weil eine fragezeichen sind irgendwelche sachen die wir kriegen und die werden wir uns jetzt stück für stück holen also ich werde mich hier irgendwie durchbeißen das spiel ist wirklich eine kleine herausforderung für mich wir gehen erst mal nach oben ja ich fliege nach oben wunderbar und dann werden wir mal gucken dass wir uns hier ein paar sachen besorgen am besten unter dem müllstrom oder über den müllstrom fliegen wir so gewitter ist auch wieder vorbei und jetzt fliegen wir mal in ja wo fliegen wir jetzt am besten mal hin wir fliegen erst mal vorwärts drehen uns ein bisschen und dann fliegen wir mal wir kommen da drüben müssen fragezeichen da fliegen wir jetzt mal hin das heißt wir müssen in die richtung welcher ist näher na das ist egal sind alle gleich und dann gucken wir uns das spiel mal an hier also ich tue mich hier gerade ein bisschen schwer immer noch ein bisschen also aber es ist schön eine schöne herausforderung mal zu haben und das spiel zu meistern also bis jetzt wunderbar bis auf einen tod jetzt müssen wir noch gucken was das spiel alles für uns noch parat hat virus konnten wir auch erfolgreich heilen was mich freut jetzt muss ich mal kurz gucken das dürfte das blinkende lichter sein was mir sagt fragezeichen oder ja da fliege ich jetzt direkt darauf zu da muss auch irgendwas sein das hat so komische zeichen da kommen wir mal erst mal da unten da ist irgendwas zu holen da müssen wir uns jetzt mal holen was das auch immer ist wir gehen schon mal runter spritt verbrauch ist natürlich immer enorm ja wir gehen jetzt mal runter wir gehen jetzt mal runter halt wir wollen runter oh hier ist ein bisschen was von sammeln das ist gut halt nicht so schnell nicht so schnell da sehe ich glas das holen wir uns gleich als erste kann ich noch was abbauen irgendwo nein alles klar jetzt fangen wir erstmal an die alles zu plündern das hätte ich auch gleich noch abbauen können also die dinge erstmal einmal zweimal scanner rausholen kaputter hängeschrank okay kann ich noch irgendwas nein so ein großes cockpit das würde ich gern haben wollen kommen wir noch drauf zu da komme ich doch bestimmt nicht dran vorbei wie ich mich kenne oder mal gucken alles klar jetzt wird das schiff wieder ein bisschen umsetzen so jetzt wieder absenken schön die musik immer gleich ausgeht wenn wir daran gedockt sind was war das das ist ein bisschen mehr dann war auch mit alle der ist so weit weg weiter weiter müll sammeln was ist das denn hab ich mich erschrocken ok wow hab ich mich erschrocken rutsch mir den buckel runter wow mein armes herz was haben wir denn da ok wird gekocht kennen wir nichts frisches wasser ist da alles klar wow so mal gucken kann ich jetzt hier was herstellen ging wieder was weg hängeschrank das ist gut mal gucken was können wir noch machen kartosche nein nein dafür polymer glas immer noch glas ich habe doch eben glas abgebaut wo ist bleibt das denn bio sprit ist das gut nicht gut probieren wir mal ach da brauchen wir auch wasser für oder was das war jetzt dumm von mir das wasser brauche ich doch glaube ich eher ein öl haben wir noch warte mal für das eine öl hängeschränke neiner was gucken da was haben wir hier noch tatsächlich da brauchen wir fünf wasser für nicht gut am dock station gut für sachen wo ich dann nicht so schnell rankommen hier können wir jetzt im moment nix mehr machen nein gut alles klar alles klar gut äh wir trinken noch ein wasser öl haben wir einmal fünf ne ich war jetzt gerade überlegen ob ich ein polymer mache aber nö so dann bin ich mal gespannt was mich hier noch alles erwartet jetzt einmal runter da komische kreaturen hier überall danke 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 dann mal mit ne dann mal mit ne dann mal mit das 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 ah die dinger da mal mit da ein bisschen aufpassen gut da komme ich nicht weiter ja mein nahrungsdink ich weiß hier haben wir schon mal das ging gut alles klar robuster tisch ein bisschen sprit wieder ein bisschen mit ok das ging gut hier drücken wir uns darüber da geht es runter da drüben muss ich hier ist alles glas das würde ich gern abbauen treppe rauf geht das hier irgendwo runter da ist eine treppe schön von da kam ich kann ich da rüber gehen ja drüben ist die tür ok ah noch mehr Müll der Müllsammler kostenloses wasser jawohl ok ah ich bin voll verdorbenes essen schmeiß ich weg aber was ist denn verdorben ach die blume ich verstehe gut da ist nix was zum scannen hier nein so da ist noch denk wie kommen wir hier runter gibt es hier auch von unten kann ich hier irgendwo runter nein doch hier ah ist hier noch irgend so ein drecksvieh was mich gleich wieder überrascht da ist nochmal glas ah ja so kommen wir rein alles klar einmal sprit maschinenteile also die flicken die sind hier echt nein will ich nicht sprit das nochmal mit das nochmal mit gut kommen wir nicht können wir nix alles klar dann haben wir das auch alles leer ja dann ist dieser turm jetzt geleert worden mit einem kleinen herzanpack ich hab doch hier schon oder spawn das nach nein nicht so schnell so wir gehen jetzt ne da ist er dachte gerade wo ist er jetzt geblieben das ist voll also sprit rein maschinenteile rein bio sprit rein bisschen schmutzwasser haben wir jetzt bisschen schmutzwasser haben wir jetzt so den haben wir den können wir auch essen siehst du da geht es sonst auch ein bisschen besser das ding setzen wir hier rein der geht rüber das geht rüber das geht rüber wir gucken mal dass wir jetzt hier irgendwie an das glas kommen einmal drehen mal dann gehen wir runter jetzt definitiv werde ich jetzt glas abbauen blinkt da noch was nein da oben noch ein bisschen da ist auch nichts mehr das blickt da oben da komme ich nicht ran alles klar da komme ich auch nicht ran dann lasse mich mal eben gucken ich kontrolliere nochmal 18 glas das haben wir jetzt auch da brauche ich das ding für den erste hilfekasten ist nur noch eine staubmotte und polymer alles klar halber sprit haben wir noch da ist noch ein fragezeichen ok steigen bisschen auf wir gehen rechts da rum so naja lauf weiter da weiter so und geradeaus ein bisschen rauf rauf habe ich gesagt nicht runter da ist noch ein blinkender teil ja da schwimmen wir jetzt direkt drauf zu und dann gucken wir uns das spiel dort mal an dann gucken wir mal wie nah wir jetzt rankommen das sieht mir so aus dass du das hier vorne bist ja das ist er da mal gucken da hinten gibt es wieder polymer das wissen wir jetzt mittlerweile das muss ich nur mal gucken wo wir andocken können ja der ist dort ja so so da ist noch einer ok ok machen wir erstmal das ding hier leer so blinkt da irgendwas ja da drinnen aber gut jetzt muss ich mal gucken wo kann ich denn hier vernünftig andocken da oben auf dem dach oder ne wir gehen da rüber alles klar so so unbekannte ort ist in ordnung so scheint wohl ein ziemlich großes ding zu sein so hier gehen wir runter so hier gehen wir runter so 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 hier ist eine baumwurzel da können wir runterlaufen runterlaufen so ist doch schon wieder so ein komisches geräusch hier ok dann wird es hier wieder so ein vieh sein so ich habe jetzt erstmal die eine hier da kann ich was zu ende forschen das mache ich jetzt mal eben das ist dann das ist dann ok die kochen wir uns dann hopp ach passt wieder nicht ne so jetzt einmal rein kochen das Wasser nehmen wir da haben wir nichts das nehmen wir das hauen wir hier rein so so trinken wir mal wieder was dann essen wir was dann gucken wir uns das spielchen hier nochmal an mal gucken was sich hier zu holen gibt es komm beeil dich meine bitte braucht der lange ok da könnte ja schon fast einen zweiten hinbauen so gut viel platz haben wir noch gut batterie holen wir uns später hier war die baumwurzel hier gehen wir jetzt erstmal runter da du gehörst mir schmutzwasser gehört mir das können wir abbauen so ok ok einmal rum einmal rein köder das nehmen wir mit eine wandlampe ok Dose Wasser das nehmen wir mit den will ich aber mitnehmen weil das ist teuer komm trinken wir die Dose aus zack den kann ich wahrscheinlich wieder nicht mitnehmen äh hm irgendwie bin ich notorisch voll da ist noch ein Spritkanister irgendwie bin ich notorisch voll mal gucken wir mal was wir da oben abliefern können den haben wir mit das sind aber auch mein mitmachen können wir gar nicht ok hey so ab zum Schiff gut gut Wasser alles klar der ist voll voll ein platz toll ok ähm kiste ich baue extra keinen Schrank hier weil ich nicht weiß wie ich das Schiff noch oder wie das wird später ja deswegen versuche ich das zum schluss zu machen weil ich muss mir irgendwie überlegen wie ich das Schiff denn vernünftig ausbaue so äh kiste öffnen so die leere Flasche kommt mit so jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz dann nochmal wird jetzt letzter Rundgang ups ich fülle es hier nämlich gleich mit das ist Essen so irgendwo da dich wollte ich mitnehmen das ist wichtig einmal mitnehmen Flicken habe ich kein Interesse da ist noch eine Schublade gut da ist noch ein bisschen Müll hier einmal gebückt rein wieder auf gut da ist nix drin nix 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 alles klar gut da ist nix drin wieder gebückt wieder aufstehen das haben wir leer das haben wir leer gibt es denn hier noch was achso ja drüben die Stadt die darf ich ja nicht vergessen ach gucken wir da mal rüber was haben wir hier denn da darf ich ja nicht vergessen hier irgendwas zu k maschienteile ok da ist nix ja das hast du schon die ganze zeit da ist noch ein bisschen was da ist nix mehr da kam ich ja gerade her das ist komisch er hat hier ist nix drin ok wir gehen hier mal runter ein richtiger abenteuer spielplatz hier große thunfisch das nehmen wir mit hier ist nochmal ein wasser da ist nix da ist noch was ok nein da liegt auch nix hier hinten wäre hier unter mir ist noch ein raum wo nicht runterfallen eigentlich brauche ich so'n Handscanner hier ok ich komm doch schon rein hier war nichts ist jetzt auch alles leer da komm ich schon irgendwie rein da ist noch essen hab ich da noch Platz habe ich da noch Platz oder habe ich jetzt ah ne ich habe noch ein bisschen Platz wir holen uns mal die zwei Melonen da ouch komisches Geräusch hier was auch immer da rum haust was auch immer da rum haust frischwasser nehmen frischwasser nehmen dreckiges wasser rein machen das ding reinsetzen so gucken ob wir irgendwas auffüllen können alles ja ja da hin halt der kommt da rein 58 50 ein bisschen durcheinander hier drin aber sonst alles gut das sieht doch schon ganz gut aus so kann ich hier noch was auffüllen mal gucken nein ist alles voll ok die Flicken sind auch voll ok kontamierende Mahlzeit die essen wir nicht das haben wir Dose können wir reinlegen Köder ist ok haben wir denn irgendwas was wir hier noch benutzen müssen ok die Chilifrucht brauche ich dann nochmal aber die finden wir auch nochmal das essen wir auch wunderbar schlafen wir auch mal in der Sekunde dass wir alles wieder in die Normalität kriegen aufwachen jawohl so Fragezeichen ist weg aber hier ist ein Fragezeichen mag ich nicht irgendwas zum scannen hier Frage stelle ich mir jetzt gerade das kommt weg das kommt weg da komme ich nicht ran da komme ich ran gut habe ich noch gekriegt so da drin kann ich nichts weg machen ne musste ich mein Schiff einmal rumfliegen äh wieder raus ok ne hier war nichts zum scannen nicht dass ich wüsste aber hier muss was sein hier war ein Fragezeichen also irgendwas muss hier sein wahrscheinlich hinter dieser einen Tür dahinter gut das finden wir im nächsten Video raus ich wünsche euch noch einen schönen Abend einen schönen Morgen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal